Hey Nesat, grüß Siebach, grüß Siebach, mein Bruder. Bruder, ich war gestern mit meiner Freundin zu Hause. Hast du mit ihr geschlafen, Bruder? Ja, hab ich, Bruder. Wie war sie im Bett? Hab sie ganze Nacht angesehen, sie war wunderschön. Bruder, du hast die Frage nicht verstanden. Nein, Bruder, du hast den Wert einer Frau nicht verstanden. Hast du deine Chance verspielt? Fühl mich schwach. Schwach und doch so verliebt. Schnellkappen. Hey. Hey. Du kleiner Kack auf den Juck. Ich kack dich auf deinen Kopf, Digga. Wie sie? Wer? Was hast du gesagt? Wer denn? Ich bin dein Schiff. Wenn man etwas will, ist es schwer zu warten. Ich hab genug Leute hinter mir. Denkt immer daran, ein Schuh hier kann man wiederholen, aber eine Freundin hat sie nicht. Was du jetzt mit der Information machst, ist dir überlassen. Huh? Huh? Åh! Ach! Blick! Wir sees den Gewöl shine! Hey Schnecke! Was ist das? Was ist das? Jetzt mal ohne Spass, ne? Ist das nicht der krasseste Filter? Äh, knapp 90 und genau das in der 50 und so, ne? Achtung! Und Foti! Die Idioten! Das ist das klub! Die Kinder, die Leute, die Leute! Das ist das klub. Das ist ganz schrecklich. Sehr schön. Echt. Vier, die Leute, die Leute, die Leute an 67! Nein, 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 nein! In front of meinen Todes. Oh, meininho! Drei, die Leute an das ist ja nicht. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott... Oh, mein Gott! Mein Feuer geht nicht. Du sagst, no cap oder wallah. Mit der Gang essen Chicken Masallah. Schau meinen Bauch an, sag Maschallah. Blackjack 21. Fick auf Dallab. Du sagst, no... The important thing was play after Christmas. That's really good. And play after New Year, it's amazing. And now it's semi-finals. It's no words. Wenn du fragst, was passiert wenn du rückwärts einen Berg runter gehst? Und zufällig hinfällt? Was kann denn passieren? Gar nichts. Du kannst ausstehen. Du kannst dich abklopfen. Und dann geht's einfach weiter. Die begrüße, sei mutig und mach endlich deine Träume zur Realität. Ey Nesha, grüß immer. Grüß immer, mein Bruder. Was ist denn da so ein Film, Bruder? Was ist denn da so ein Film, Bruder? So. Schmeißen! Ein waschechten Isländer bestellt. Henry Henryson. Bruder von Jürgen Hurenson. Sorry. liraи. Läcke, worauf hattest du? Ich bin frisch der Karapier und der Whiteberry Lili Ich will Lover, ich will Dallas, ich will Fliegen wie bei Marquis Ich hab immer noch nicht, ich lehre alles von mir